King Nature ist ein Qualitätsunternehmen, das Nahrungsergänzungsmittel wie auch Naturkosmetik hier in der Schweiz herstellt. Wichtig bei uns ist, wir sind vertikal integriert und machen vom Samen zur Extraktion bis zum fertigen Produkt alles in der Schweiz. Uns liegt es am Herzen, möglichst natürliche, gute Produkte zu produzieren und wir glauben, dass in der Natur für jede Krankheit auch eine Substanz vorhanden ist. Meistens wissen wir nichts von dieser Substanz, respektive wir müssen sie frisch entdecken. Unser Anliegen ist, diese Substanz zu finden und in eine geeignete Form in einem Produkt dem Konsumenten zur Verfügung zu stellen. Anders als viele andere Unternehmen produzieren wir bei King Nature alles in der Schweiz und vertreiben es auf allen Kontinenten. Das bedeutet, wir haben Verkauf-Teams und Marketing-Teams auf jedem Kontinent, produzieren aber ausschliesslich alles hier in der Schweiz, um die hohe Qualität zu halten. Unsere Produkte sind vor allem bei Ärzten, Therapeuten, Apotheken und Drogerien zu finden und ab und zu auch in Gesundheitsläden. Uns ist wichtig, dass diese Schiene von Kanälen genutzt wird, weil das Produkt teilweise auch erklärungsbedürftig ist und dem Anwender am meisten dient, wenn es auch richtig einnimmt. Als wir mit King Nature begonnen haben, haben wir noch von Hand gekennzeichnet, respektive mit einfachen Maschinen. Als wir weiter gewachsen sind, haben wir uns einen guten Partner gesucht, den wir in Blumen gefunden haben, der uns geholfen hat, auch mit der ganzen Skalierung und der Grösse, die wir inzwischen haben, fertig zu werden, respektive wir haben einen Partner gefunden, der uns richtig geholfen hat, schnell und gut und effizient unsere Produkte kennzeichnen zu können. Die Firma Blum war uns ein sehr zuverlässiger Partner in diesem ganzen Wachstum und in dieser Skalierung, was aber natürlich auch nicht ganz immer einfach war, weil Skalierung meistens auch nicht einfach ist. Trotzdem haben wir uns immer wieder mit guten Lösungen gegenseitig gefunden. Wir chargieren von unseren 70 Produkten ca. 61 Produkte mit der Maschine und gleichzeitig werden diese auch etikettiert. Die Daten werden durch das Labor auf einem Zettel ausgefüllt, das ist das Produktionsprotokoll. Das kommt dann zu uns zur Chargierung und für die Etikettierung. Die Daten werden eingegeben und im Vier-Augen-Prinzip visiert. Was wir eingeben, das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum und der Badge des Produktes. Die Herausforderung war, dass wir 16 verschiedene Produkte am Lager haben und diese einzeln eingegeben werden mussten und programmiert werden mussten. Unsere Maschine produziert oder etikettiert rund 1700 Dosen in der Stunde, was im Jahr ungefähr einige hunderttausend Dosen oder Behältnisse entspricht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020